Oink oink, da sind wir wieder und es wird feucht, fröhlich, glitschig, fahren, nass mit viel Spaß und zwar wieder mit meinen Lieblingsfahrzeugen gibt es eins dann drin, mit dabei der Shadowrunner, hallo, der Stormy, hallo, hi, der Fjalk, quitschen, nur mit dir, und meine Wenigkeit, der Becken Orange, und ja, wir haben wieder diese geilen Blazer Aqua. Ich finde die ja super. Ja, deswegen habe ich die wieder einmal reingepackt. Ich konnte den ganzen Tag fahren. Das war hupen, ne? Ja, ja. Ja, mal hupen. Am besten sofort, beim Start. Beim Start geht noch. Ja, ich habe mein neues Tattoo gemacht. Eins? Hast du mich mal angeguckt? Ja, aber ich hatte bisher, beim letzten Mal hatte ich welche auf den Handgelenken, aber jetzt habe ich halt gedacht, wenn ich schon mal so ein neues Proberteil habe, dann mache ich mir auch ein passendes. Stormy! Nichts passiert. Alles gut. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei mir schon. Wenn ich mich in den Arschrahmen muss, mach ich schon wieder. Wenn ich sterbe, ich hier nicht alle fünf Sekunden. Man explodiert wegen sich, wenn man netz da ist. Lass mich in Ruhe. Nein, wie war es? Nicht in die Mangel nehmen. Doch, mach das mal. Hilfe! Juch! Hilfe! Ich glaube, da kam ein Vier. Nein! Nein! Ich bin zwischendurch gehüpft. Das war ein Runden drin, oder? Ja, zwei Runden. Okay. Ah, scheiße, ich habe mich in der Ecke festgefahren. Das ist doch Dreck. Kann man die eigentlich schon selber bauen, solche Strecken? Was weiß ich nicht? Das ist immer noch nur Rockstar-exklusiv. Du kannst es ja mal testen, du bist doch hier unser Streckenexperte. Ja, das letzte Mal, als ich da drin in dem Editor war, ging es noch nicht. Also, ich wollte es mir jetzt nicht aufgefallen. Hi Stormy! Hi! Oh, ich habe versehentlich doppelt gedrückt. Ey, das ist das Geile. Immer wenn ich euch gerade eingeholt habe, baue ich wieder irgendeine Scheiße. Ah! Nein! Ich glaube, das war eine Leitplanke. Ich glaube auch. Oh, fuck! Lol. Oh, kacke. Hallo Stormy! Danke! Ich nehme mal hier eine alternative Strecke. Du meinst alternative Fakten, dann nimmt man auch alternative Strecken? Mhm, so ungefähr. Was? Das war ein bisschen zu spät. Ja, ich habe mich verdrückt. Wer ist denn erster? Ja, wer wohl, der Fjellik. Wie, wer wohl? Also, was? Ja, hallo! Oh, weil ich jeden Tag drei Stunden trainiere. So schaut es so aus. Aber danke für den Jobs. Ja, ich bin mal, glaube ich, bei der Huckepack mitgefahren. Das ist aber echt eine lange Runde. Es waren aber zwei Runden standardmäßig schon eingestellt, ne? Ja, das habe ich nicht hochgewählt. Also, ich glaube, ich wollte immer noch ein Erster, oder? Ah, ja, nee, wir sind noch bei der Ersten. Da oben ist der Beginn der Zweiten. Wenn du einen Berg hochgefahren bist, falls es dann links gehen sollte. Ah, ja, doch, sieht so aus. Ich glaube, ich habe nie mal die Dinge, die zweiten Gang eingeliegt. Ne, ist nicht wirklich leistungsstark, das Ding. Ne, leider. Hat er schon, wenn er ein bisschen schneller wäre. Also, wenn man dich da noch so gut kontrollieren könnte, wenn es ein bisschen schneller wäre, noch nicht. Ich meine, die Lenkung von dem Teil reagiert so schon recht druckartig. Kannst du auch mal ein Stück auf zwei Rädern fahren, oder? Ja. Ja, wenn ich so eine Kurve fahren will, und man erst mal so ein Knick im 90 Grad Winkel einfach, dass ich mein Fahrer erst mal straight das Genick bricht von der Fliegenkraft. Fliegen können die auch? Ja, schön wär's. So mit dem rechten Stick klicken, Flügel ausfahren und wegfliegen. Ja, James Bond kann das. Phantomas kann das. Hat er auch einen Controller und einen rechten Stick? Phantomas? Der hat alles. Musst du McHugh fragen. Oh, ich muss für mein Mechaniker Geld bezahlen. Ito und Immobilien nehmen lassen. Ach, wenn ich mich auch freuen. Executive Assistant, was? Seit wann hab ich sowas? Du hast eine Assistentin? Ja, was die wohl bei dir macht. Ähm, dazu sag ich jetzt nicht mal was. Sie assistiert mir bei Dingen. Ich halte mal einen Fehler. Ja, ich versuch's tun. Ja, und Bacon auch Fehler, bitte. Ja, alle macht Fehler. Das ist so eine Bedienerfreundliche Strecke, da kann man irgendwie nicht viel falsch machen. Doch. Ja, höchstens mal an der Leitplanke kurz hängen. Ey, wo kommen die bei mir? Ich war doch schon ganz weit woanders. Geh weg. Nee, ich hab vorhin einen Sprung versaut, dann bin ich ein Stück über Land gefahren und dann bin ich durchs offene Meer gedümpelt, um wieder auf die Strecke zurückzukommen. Der Bacon hat nicht gerannt. Oh, mein doch. Das macht er ja dann schon. Aber das macht er ja immer. Siehst du, bist du schon wieder vorne? Also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Doch, war ganz schlimm. Och Mann. Weiß auch Mann. Ja, das Ding zu spät angemacht, also die Reifen wieder rausgefahren. Dadurch bin ich wieder mein Vorsprung auf dich losgeworden. Weil es ist Vorsprung auf mich? Ja. Jetzt bin ich wieder hinter dir. Hatte ich gar nicht gemerkt, dass du kurz vor mir warst. Ja, nicht lange genug, um das zu merken anscheinend. Aber im Vergleich zu anderen Strecken ist hier auch häufiger Wechsel zwischen den beiden Modi. Das dürfte der Sieg für den Falk wahrscheinlich sein, wenn er jetzt nicht noch richtig scheiße baut. Das heißt, mir scheiße baut. Ihr habt ja das Aufhol-Special-Boosting-Star. Ja, voll unfair. Da wird man noch gestreiten, was gut fährt. Ich auch nicht. Aber ich sehe, der Story, ja Stormy, du merkst nichts. Du kommst ganz nah an mich ran. Ich sehe das. Ich bin immer noch genauso weit weg von dir, wie vorher. Der Mini-Map sieht das sehr nah aus. Und jetzt, komm, gegast, gegast. Ich sehe, jetzt hat er sogar schon Windschatten. Was? Was war das denn jetzt? Puh. Hä? Ja, warte, Glück. Okay, und er hat gerade einfach die Steuerung weggezogen. Das ist ja bedauerlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was aus dem Nächstes kam. Ja, das werden wir sehen, was wir als zweites in dieser... Ich habe eine Vermutung. Wenn es das ist, was es ist, dann könnte das eventuell eine Doppelfolge werden. Das war super. Ich hatte die schnellste Zeit. Davon kann ich mir nur nichts kaufen. Weil ich es auch nach hinten raus kurz vor Ende halt richtig verkackt habe, weil ich nochmal schön in die Bande rein gedätscht bin. Ja, also die Strecke war nicht so schwer. Da macht ein Fehler natürlich viel aus. Kill Quota. Team Ausgewogenheit mache ich mal ein. Gewinner mit einer Runde, das reicht. Gewinner mit einer Runde reicht. Was? Wie, warum hieß es hier? Ach, der Quatsch. Ja, okay. Auch jetzt. Ich habe eine Vermutung, mit wem ich zu... Oh nein. Hallo, Jörg. Ich wollte doch eigentlich mit Bacon spielen. Tut mir leid, dass du mit mir spielen musst, Tommy. Ja, damit haben wir schon so gut wie verloren. Ja. Ich habe als Gewinneraktion jetzt Bruderliebe ausgewählt. Bruder. Bruderliebe. Ich kann Chelsea betoren das hin. Da krieg Angst. Er bleibt hinter dir. Für Bruderliebe. Ganz viel Liebe. Ganz tief und innig. Paketenwerfer. Cool. Hallo. Ich sehe überhaupt nicht, worauf ich schieße. Ich falle einfach mal noch nicht. Hey. Ich habe irgendwie getötet. Er hat mich. Stormy geht irgendwie über rechts durch die Scheune, glaube ich. Ist doch gar nicht wahr, was du erzählst. Scheiße. Shadow geht über links. Echt. Ich sehe hier echt nix. Wo sagt die denn alle? Kommt doch mal raus. Oh, das war der Bacon. Scheiße. Ich habe nur gesehen, dass ich heute irgendwas gezuckt habe. Shadow hat mich erwischt. Hey. Das war ganz weit ver... Vorbei. Stormy Ziel ist übrigens, Leute töten. Ja, ich versuche es. Lol. Und das Geile ist, es kommt von Ihnen der Kommentar. Oh, das gibt es ja nicht. Du musst doch langsam mal tot sein. Nö. Dieses blöde Auto. Ah, steht da hinter der Deckung. Ey, das gibt es nicht. Äh, ja. Wow. So, mache ich. Genau das tut. Neue Waffen. Äh, wo kommst du jetzt her? Ich bin hier hinten gesporen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hinkomme. Ja, komm mal hierher. Was? Nein, ich mag nicht. Laminruf. Laminruf. Ich bin doch ganz verarmlos. Das glaube ich nicht. Los, zerschieße das Scheißhaus, über mich heranzukommen. Du wirst es niemals schaffen, mich aus diesem Scheißhaus zu vertreiben. Ähm, ich habe Angst. Die Tür ist schon mal weg am besten. Es kommt. Da ist es. Ich habe hier so ein bisschen Probleme. Ich kaufe raus. Das ist auch stabiler als du. Das ist auch stabiler als du. Ich werde nicht kommen, ich rette dich. vielleicht vielleicht auch nicht neue waffe bin immer noch beim raketenwerfer vielleicht muss ich die ordentlich retten als hat schon gewischt eine neue waffe dann holen die uns gleich ein ja bin ich noch nicht so sicher ich finde mit der mini ganz ist das eigentlich mal recht leicht scheiße schwerere revolver meine lieblingswaffe schwerere revolver gegen minigun ich glaube dafür kriegt mich trotzdem was wollen wir wetten ich habe da kurz ein köpfchen gesehnten war auch von hinten gerade an der seite ich würde schneller nachladen habe ich auch nicht spezialkarabiner hey mein lieblingswaffe echt den benutze ich im ding ausschließlich auch sehr gut erst erst mal schön aufs auto da steigen und es war aber knapp ja gell ich wusste ja wo du bist ein schuss mehr und hättest mich gehabt nur noch so ein verstehe warum lebensenergie also muss man dem revolver nach einem schuss nachladen ich habe keinen zwei gründe hinter dir eigentlich nachladen nicht nachladen warum nicht so nach das ist ja nicht jetzt nachladen das kann aber nicht an ernst sein machete oh gott wir sehen die nicht mehr die dürfen uns nicht ganz vorsichtig zu sein das war ein schöner rektor effekt wir sind die gewinner wie gut dass ich hier nur eine runde eingestellt hatte dann sehen wir uns auch in der nächsten episode ganz genau tschüss ja hast du ja bewiesen deinem einen kleinen krampf in der hand keine details keine details kein Vielen Dank